Eine interessante Frage hat mir mein Namensvetter Philipp neulich gestellt. Und zwar, warum bekommt man manchmal einen Schlag, wenn man an eine Türklinke fasst? Die Antwort kommt hier. Der Körper lädt sich elektrisch auf, wenn man mit Plastikschuhen oder mit Wollsocken beispielsweise über einen Teppich drüber schlurft. Denn wenn diese beiden Stoffe aneinander reiben, dann findet etwas statt. Das nennen wir Physiker Ladungstrennung. Das heißt, dabei werden Elektronen, also negativ geladene Teilchen, aus dem einen Stoff herausgeschlagen und vom anderen Stoff aufgenommen. Das heißt also, diese negativ geladenen Teilchen, die wandern in einen von den beiden Stoffen. Das heißt, dort ist dann ein Überschuss an Elektronen. Und weil die negative Ladung tragen, ist der eine Stoff dann eben negativ und der andere Stoff positiv geladen. Diese Ladung überträgt sich jetzt auf unseren Körper. Genauer gesagt, sie verteilt sich auf der Oberfläche, weil sich gleichnamige Ladungen ja abstoßen. Deshalb wollen die so weit wie möglich voneinander weg. Verteilen sie auf der ganzen Oberfläche. Und wenn ich jetzt eine Türklinke oder was anderes, metallisches oder leitendes anfasse, dann kann diese Ladung auf einmal abfließen. Und es tut sie manchmal sogar durch die Luft. Und das ist dann dieser kleine Blitz, den man sieht oder vielleicht sogar hören kann. Und die Anschlussfrage war jetzt, wie kann es denn sein, dass ich eine gewischt bekomme, wenn ich eine Türklinke anfasse, die gar nicht mit der Erde verbunden ist, leitend. Also die nicht geerdet ist. Beispielsweise, wenn die Tür aus Holz ist. Antwort hier. Die Türklinke ist ja elektrisch neutral. Das heißt also, da sind gleich viele Protonen, gleich viele Elektronen und eine ganze Menge davon. Wenn ich jetzt negativ aufgeladen bin beispielsweise, dann wollen sich die Ladungsträger auf mir ja wegbewegen, sodass ein elektrischer Ausgleich stattfindet. Und die Türklinke ist ja relativ gesehen positiv. Und daher fließt auch ein kleines bisschen Ladung ab. Zwar nicht die komplette überschüssige Ladung auf mir, aber oft genug reicht das schon, um einen Schlag zu bekommen.